So, dann gehen wir mal nach Onsphere. Ach, ich muss nach da oben gehen. Also muss ich an denen vorbei. Bin ich glatt gezwungen. Und da ist ein Bär. Oh. Kobold. Kobolde hassen diesen Trick natürlich. Wenn ich gegen Bären kämpfe. Aber Flammenschwerter mag anscheinend keiner von denen. Oh, der hat einen coolen Hammer. Oh. Autsch. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Oh. 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 um nämlich den dicken wir sind der schicksal ist wird auch drei senzen und ein halt dran nein wer sind diese leute meine freunde wir haben diese ruinen gemeinsam betreten aber langsam bezweifle ich dass sie irgendeiner von uns auch wieder verlässt soll ich nach ihnen suchen ich bin sicher dass es ihm gut geht aber wenn ihr turin findet schickt ihn bitte hierher ich brauche seine verdammte schriftrolle wenn man die werbung kommt und hat sie ihn findet ja falls ich empfinde soll ich ihm sagen dass sie seine schriftrolle braucht ich gehe mal zu ich entdecke jetzt mal und wer aber dann gehe ich noch zurück zum nächsten ort und schau mal dass ich da noch ein paar von den sachen aus meinem mental auseinander krieg damit ich wieder mehr platz habt weil ich denke mal wenn ich gegen die jottens kämpft und das sollt hier stück gleich wenn ich mir den schicksalsmodus doch aufheben sollen schicksalsmodus doch aufheben sollen schadensverstärkung großer zornes schlitzer ouch gegen so viele knockbacks komme ich nicht an wenn ich sie mal töten kann wo sie kriegerstärke ich ja 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 Ich bin wirklich Schaffin, das. wie man es von mir erwartet und haben die mit irgendwas getroppt ich glaube nicht nein schade weil ich doch auch weil ich doch erwartet dass du mir wenigstens irgendwas stoppen aber jetzt meine erwartung auch einfach nur zu hoch aber wie gesagt ich gebe noch mal schnell zurück irgendwo hin ich komme mit dem normalen Dietrich ich habe ja genug und wer ist der schwer dann muss ich irgendwo hingehen wo es eine da gibt es den schmied und ein händler spiele nutzen nicht herstellen nicht mehr zu legen also erstmal Silvanitzschwert, Franklingen, Großschwert das kann ich auch weglauen so wie gut dann war es das schon mal oh ich habe gar keine anderen Waffen mehr die Wand des Herolds die Wand des Herolds ich könnte mir aber auch noch ich könnte mal gucken ob ich mir nicht ein paar Weinschienen machen kann Silvanitzschwert Block Effizienz Erfahrungsbonus Rüstung Prozentuale Rüstung wäre schon besser jetzt habe ich hier auf Feuerschaden oder sieben Prozent Feuerschaden Leben Feuerschaden Durchbruchungsschaden finde ich gut die Amel des Magiers 17% Mana sind sie besser als meine oh die sind besser als meine und ich habe natürlich nichts bekommen hier rollt ich will doch sehr segen das ist eins auf alle Machtfähigkeiten auch cool alle so Sachen die hebe ich mir noch auf die kann ich dann auch in mein Haus legen eigentlich willkommen zurück was kann ich für euch tun stimmt ja ich kann ja mit X gar nichts verkaufen so wie du dieses so wie du die Borderlands Tastenbelegungen mit X Schrott verkaufen dann gehe ich mal nach Kanarok und lege dann noch zurück in meine Truhe das kriege ich weg oh die hätte ich nicht verkaufen können hier mit der Verbrennung dafür kann ich die Tagebücher nicht weg Hauptbuch die richtig gewalt ich kann mir vorstellen dass sie jetzt eh wieder auf meinem Level sind ich kann mir vorstellen dass sie jetzt eh wieder auf meinem Level sind weil die waren ja an sich eigentlich unterhalb meines Levels weil die waren ja an sich eigentlich unterhalb meines Levels ich bin auch einer von den guten Dietrichen ich bin auch einer von den guten Dietrichen einen Normer also ich bin auch einer von der ich bin auch einer von der ich bin auch einer von dem ich bin auch einer von der Was machen denn Gnome hier? Ich habe jetzt mit Jottons gerechnet. Das klang alles ziemlich einfach. Allerdings hat mir ein Trupp gnomischer Praetorianer aufgelauert, die auch auf der Suche nach den Sendschreiben waren. Sie wollen das Buch haben, Täubchen, und sie werden uns beide dafür töten, dass wir uns eingemischt haben. Stehlt den Zellenschlüssel oder knackt das Schloss und besorgt mir meine Hilfsmittel. Dann kann ich mich hier rausschleichen. Ihr könnt allerdings auch versuchen, die Sendschreiben vor den Gnomen zu finden und uns damit die Freiheit erkaufen. Ich kann nicht einfach hier raus marschieren. Deshalb müsst ihr mir meine Hilfsmittel wieder beschaffen. Um die Zelle zu öffnen, müsst ihr das... Oder ihr beschafft euch die schwarzen Sendschreiben. Das Buch, wegen dem die Gnome und ich hier sind. Damit könntet ihr uns... Beeilte euch. Schwer. Bam. Jetzt haben wir einen Prismere-Dietrich verbraucht, aber ist egal. Könntet ihr vielleicht mal mit dem Gerede aufhören? Ihr müsst das mit der Tür, habt ihr gut gemacht, Täubchen. Aber ich kann es nicht... Ihr könntet aber auch versuchen, mir die Freude... Beeilte euch. Wieso geht der nicht einfach? Das ist mal no shit. Ist doch so ein Ding. Wenn ich die Möglichkeit habe zu gehen, dann gehe ich doch. Nein, er gammelt weiter in seiner Zelle rum. So, Gebietskarte. Da kann ich nicht durch. Dann muss ich da oben landen. Autsch. Die habe ich gesehen. Und bin trotzdem reingelaufen. Ein gnomischer Zauberwacht. Autsch. Das war's für heute. Naja immerhin haben die mir was gedroppt, nicht so wie die Jotuns, sondern gucke ich mich hier noch mal ein bisschen um, ob hier nicht noch ein paar Sachen versteckt sind. Sehr leicht, es kommt durch hier oben, weil ich hier bei einer 90 prozentigen Chance das einmal verkacke. Ah, ist noch ein zweiter. Dammit. Das ist noch ein zweiter. Okay, hier fährt nichts mehr. Hier sind ein paar Käfige, die sehen aber ein bisschen komisch aus. Wer braucht Käfige, die man drehen kann? Oder? Ja, die kann man... Oder? Sind sie zum Transportieren oder zum Drehen? Für mich sieht das aus, als wäre das zum Drehen. So ein Karussell. Ach, vielleicht ist das eine Foltermethode. Dann dreht man die so lange, bis sie schlecht wird. Oder sie einfach sterben. Da ist dieser Ober... ...Pretorianer. ...Pretorio-Gaster. Und da kommen noch mehr. Ja. 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 Oh, Schlüssel des Centurios. Easy, easy. Grimms Verstohlenheitsausrüstigung, finde ich gut wie das hier einfach so heißt. Oh, Bannen. Der hat heute nichts gemacht. Muss ich mal reingucken, ob ich da nicht irgendwie tausend Effekte auf mir habe, weil da steht halt nichts dran. Effekte unabhängig, negativ, positiv. Denkst du allein deiner Willenssteige, du bist Grimmsgott verpflichtet. Okay, wenn sich der Zauber halt einfach von alleine auflöst und nicht einfach explodiert und mich halt tötet, ähm... Okay, wo färs? Habe ich jetzt eigentlich das Buch mitgenommen? Gegenstände. Nö, das habe ich noch nicht zum Anweg. Gegenstand. Oh. Oh. Ich esse jetzt noch kein Anwesdorf Kimse, du bist Buster da. Das ist aber das Läu, wenn du dann aufs Kongressen muss. Ich spüre dich damit, wenn du dann auf jeden Tag. Oh. Der hat jetzt schon wieder. Ihr habt die Hilfsmittel, die sie mir abgenommen hatten, oder? Gebt sie mir, dann kann ich zusehen, dass ich hier rauskomme. Okay, hier ist euer Werkzeug. Das ist mehr, als mir der Hierophant je gegeben hat. So viel steht fest. Unser gepriesener Seher hat letztlich doch einen Fehler gemacht. Ich mache mich jetzt ein wenig rar. Aber wir sehen uns schon bald wieder, Täubchen. Versprochen. Wer eilt euch? Okay. Aber ich gucke mich hier noch um. Da ist so ein Absprungspunkt. Aber ich kann da nicht durch. Oh. Ich dachte, es ist andersrum. Dass ich dann von der anderen Seite herunterspringe. Aber anscheinend komme ich da rauf. Oh, hier ist noch ein Jotrüber. Da waren die Gnome hier anscheinend noch nicht. Der ist ein lahmes Bein. Und da ist jetzt riesig. Wer ist das? Da ist sinnvoll. Die Verteilung. Komm, weine ich das einfach. Vielleicht habe ich das jetzt auch geskillt, dass die nicht mehr explodieren. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Das würde mich jetzt interessieren. Wo war es denn? Status, Talente, Bannen. Einmal explodieren bevor... Einmal scheitern bevor er explodiert. Dunkle Siege werden entfernt. So entweder habe ich es dann immer geschafft. Oder... Keine Ahnung. Die haben sich einfach aufgelöst. Talente ist ja so ein Hühnchen. Das ist auch mal so ein Hühnchen. Das Hühnchen, der Kollateralschaden. Wieso habe ich eigentlich jetzt 6 Gold bekommen? Der ist aufgelöst. Der ist weg. Das wurde weg. Das war schon. aber ich euch eigentlich schon mal erzählt ich habe ich habe eine maus mit verschiedenen tasten ich selber kalibrieren können oder strich mit belegbaren tasten erkennt sie nicht oh hände das antrag ist wie ein interessanter ist gegenstände gefunden die von gegner verhinter lassen würden und ich weiß noch ich habe damals es war zu der zeit als ich wo man limited gespielt habe da habe ich mal hier so leuten erzählt dass ich jetzt was aber ich habe auch so eine taste wo quasi für so ein dreifach klicken wenn ich das jetzt mache ich weiß nicht ob es mir einfach angreifen doch greift mir einfach an macht dann nur zwei schläge und da habe ich manche aktionen damit ausgeführt was immer sehr praktisch war weil sonst wusste man bei manchen sachen hatte man da oben immer seine leiste dran und da konnte man aussehen was man macht und wenn ich jetzt zum beispiel meinen war oder so habe ich mich dahin gestellt habe drei mal drauf geklickt und dann hat er halt drei aktionen nacheinander ausgeführt und bin da aufs klo gegangen oder so und habe neben sowas angeguckt und manche leute fanden das halt dass es doch cheaten wäre weil es mir einen gewissen vorteil gegenüber anderen leuten gibt die so etwas nicht haben ich sagen muss das ist halt irgendwie so macht das irgendwie keinen sinn eigentlich sowas zu sagen weil entweder kauft man sicher zu dem maus oder man klickt hat einfach zweimal mehr drauf ist halt so ein ding einfach nur für eine bequemlichkeit ich fand das lustig ich weiß nicht weiß nicht wie ich darauf gekommen bin eigentlich wir waren eine diskussion über sowas an die wir waren über 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 botting haben wieder geredet glaube ich mal weil es manche leute gab die immer bot benutzt haben für solche sachen und das ist halt dann und manchmal kommt man genau und da war halt der server admin da und er meinte er bekommt dann ab und verpflichtigungen wenn quasi immer dieses limit überschritten wird an aktionen die man in bestimmten zeit ausführen kann um halt sowas zu verhindern Bei der bot der weiß es ja nicht dass es so was gibt sondern der führte immer jedes mal eine aktion aus und das war immer so ich glaube man konnte irgendwie bloß immer so pro minute oder irgendwie so sechs aktionen ausführen oder sowas was hat eigentlich kein ding ist weil die ganze sachen haben immer so ein paar sekunden gedauert bis das immer 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 fertig war und dann machst du halt eh so zwei drei vier aktionen dann ist deine ausdauer leer da musst du immer warten bis die immer auffüllt und so ein paar sekunden da kommst du im schnitt eigentlich immer relativ gut auf deine immer auf die zeit wo es zurückgesetzt wird aber wenn der hat aber der bot der wartet halt nicht es ist okay ausdauerlehr wartet zwei sekunden macht dann weiter und wenn der halt mehr und wenn er seine anfrage mehrfach kommt das hat dieses ding limit überschritten ist da bekommt halt der server admin dann dementsprechend immer eine benachrichtigung weil anti cheat und so und genau da hat er und und da deswegen hatte das erzählt und ich habe dann meine ganze ja bei mir kommt das ab und zu auch weil ich das halt eben so macht weil es sind halt dann ich klicke dann eben quasi dreimal extra drauf und dann sagt es halt so dreimal so er hat mich deswegen auch schon mal angeschrieben gehabt ob ich gerade ob ich quasi gerade da bin weil normalerweise ist ja immer so das habe ich auch in anderen spielen gesehen damit man da quasi um so was zu vermeiden dann schreiben die extra an und wenn du halt gleich antwort ist dann sehen die ja okay kann aber auch sein dass dort gerade aufgabe ist oder so wenn es halt öfters wenn es zu oft vorkommen dass dort nicht antwortest dann kann es halt sein dass man dann gewandt wird und dass man mit einem reden möchte und so kennt man ja glaube ich mal aber ich muss einfach das echt lustig ist genauso wie wenn ich sage ich habe hier paar belegbare tasten an meiner tastatur sechs stück was wenn ich eigentlich auf die 1 drückt ich kann dann auch die dann nochmal durch switchen die benutze ich halt aktuell eigentlich in der regel nicht könnt ihr eigentlich zum beispiel wenn ich ww spiel oder so wäre das gar nicht so schlecht da kann ich so ein paar sachen drauflegen aber hier zum beispiel brauche ich es jetzt nicht wirklich ihr habt befreit das habt ihr gut gemacht ich habe gehört dass er jetzt auf einer persönlichen mission ist aber ich weiß nicht wo er sich befindet ich wünsche ihm nur das beste allerdings sind seine anschuldigungen hinsichtlich des verrats des hier fanden äußerst beunruhigend würde der hier fand wirklich so weit gehen um eine einzige kritische stimme zum schweigen zu bringen eure aufgaben hier sind beendet es ist an der zeit dass ihr das mondlager in den erratel ebenen aufsucht der anführer des lagers hier ihren teil hat bestimmt arbeit die auf euch wartet okay gut aktualisiert und sich ist überall da und lager ihrer zelle ebenen wiege des sommers die frage ist gehe ich dann darunter nach die ich denke mal ich gehe danach die türe es würde halt am meisten sinn machen nach der oben könnte ich auch gehen bei ausbildung und mich durch die heide und den verlassenen ebenen überlege ich noch das überlege ich mir noch mache jetzt noch mal war jetzt wieder einen break und da würde ich sagen bis peter so